Guten Abend allerseits, in kleiner Runde, dessen ungeachtet, es ist ein besonderer Abend, ein Abend, der uns mit Freude und Stolz erfüllt. Begrüßen Sie mit mir Trude Simonson als den Stargast des heutigen Abends. Das ist eine Veranstaltung im Rahmen der jüdischen Kinder- und Jugendfilmtage, die in diesen Tagen stattfinden. Darüber hinaus hatten wir heute Morgen, heute Vormittag, noch eine andere Veranstaltung, nämlich mit einer deutsch-israelischen oder mit Jugendlichen aus Israel und hier von der Max-Beckmann-Schule aus Frankfurt, die in der zurückliegenden Woche hier im Haus und draußen in Frankfurt vier Filme gedreht haben zum Thema Israel-Deutschland, Deutschland-Israel, gestern, heute Morgen. Und wir haben heute Morgen hier im Hause die Premiere gehabt von vier Filmen, die wirklich ganz hervorragend geworden sind. Und wir freuen uns und stehen immer als Haus, wie als Kino, als Museum hier auch als Ort Ihnen allen zur Verfügung, wenn es darum geht, den Austausch nicht allein zwischen Kindern und Jugendlichen, sondern generell zwischen den Kulturen, dem Dialog, auch die Kreativität zu ermöglichen, die es braucht. Und unserer Auffassung nach ist Film dafür ein hervorragendes Medium, wie der Name schon sagt, ein Medium, auch etwas, das eigentlich sozusagen technisch gedacht wird, häufig oder mit Filmen in Verbindung gebracht wird, die eher überwältigen. Aber nach unserer Auffassung ist Film eben auch ein Mittel durchaus von Völkerverständigung, ein Mittel, um andere Kulturen einem nahe zu bringen und vor allen Dingen auch, um kreativ zu werden. Denn es gelingt mithilfe des Films sehr schnell, gemeinsam etwas zu schaffen, über eben auch Sprachgrenzen hinweg. Ja, es ist uns eine außerordentliche Ehre, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Neben Trude Simonson, die nachher ein Gespräch mit Cornelia Maimon-Levy führen wird, die stellvertretende Vorsitzende des Gemeinderats der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt, begrüße ich auch sehr herzlich Mark Grünbaum, den Dezernenten der jüdischen Gemeinde für frühkindliche Erziehung, Jugend und junge Erwachsene und überhaupt. Und ich danke ihm sehr, sehr herzlich, dass er die Initiative ergriffen hat, hier mit uns gemeinsam dieses wunderbare Programm zu gestalten in dieser Woche. Wir zeigen ja heute Abend den Film Wiedersehen mit Brundibar aus dem Jahre 2014. Das ist Ausgangspunkt des Films, ist die Reaktion eigentlich an der Schulklasse, die die Kinderoper Brundibar einstudieren soll. Was? Holocaust schon wieder? Ach nö. Und mit diesem Ansatz gehen die Kinder und Jugendlichen an dieses Projekt heran, dieses Theaterprojekt und sie werden dabei begleitet und lernen und erfahren mit der letzten Überlebenden der Uraufführung dieser Kinderoper, die ja im KZ Theresienstadt stattgefunden hat, also mit Grete Klingsberg als Zeitzeugin, lernen sie ein vollkommen anderes Verhältnis dazu zu gewinnen. Ja, über die Vergangenheit zu reden, auch gegen das Vergessen anzukämpfen, das ist ja schließlich auch eines ihrer zentralen Ziele, liebe Trude Simonsson. Sie sind, die FAZ hat es geschrieben, zugleich Zeitzeugin, Ratgeberin und Mutmacherin und ihr Weg führt sie häufig in Frankfurter und Schulen und auch an Schulen von außerhalb, um eben zu erzählen, zu berichten, mit Kindern und Jugendlichen zu diskutieren und wir freuen uns, dass sie hier sind. Wir schätzen und bewundern außerordentlich ihr Engagement, mit dem sie unsere Gesellschaft hier nicht allein in Frankfurt so überaus bereichern und ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was sie für diese Gesellschaft, für unser Zusammenleben und für das Zusammenwachsen auch in dieser Gesellschaft getan haben. Dafür gebührt Ihnen allen unser ganz, ganz herzlicher Dank. Ja, und jetzt schauen wir uns den Film an. Danach wird Marc Grünbaum kurz mit noch einiger Worte an Sie richten und dann beginnt das Gespräch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Herzlichen Dank. Trude ist 1921 im tschechischen Olmütz geboren und ist zur Schule gegangen, ins Gymnasium, aber in der Zeit musste sie unterbrechen, weil die Deutschen in die Tschechoslowakei einmarschiert sind. Der Vater wurde damals schon deportiert und Trude engagierte sich in die zionistische Arbeit. Trude in zionistische und im Widerstand musste dann aber und wurde verhaftet. Sie war monatelang in Einzelhaft, kam nach Theresienstadt, wurde danach nach Auschwitz deportiert. In Theresienstadt war sie mit ihrer Mutter, hatte sie ihre Mutter getroffen. Danach in Auschwitz wurden sie getrennt, glaube ich. Nein, wir sind nicht zusammen. Wir waren nicht zusammen. Auf jeden Fall. Danach hat sich, nach der Befreiung hat Trude sich zusammen mit ihrem Mann sehr engagiert in Sozialarbeit, im Kampf für Gerechtigkeit, für Demokratie und in der jüdischen Gemeinde, aber auch außerhalb. Und seit vielen Jahren macht Trude das, was Greta uns auch im Film gezeigt hat. Fragt uns. Und sie geht in Schulen und ich war selbst ein paar Mal dabei. Ich habe gesehen, wie gespannt die Jugendlichen und die Kinder sind, wenn Trude über sich erzählt. Jetzt, Trude, du hast den Film gesehen. Was möchtest du jetzt sagen über Brundibar, über die Kulturarbeit? Ich möchte erst sagen, dass mich der Film sehr beeindruckt hat. Und vor allem möchte ich auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich das kann. Meine Motivation, das zu erzählen, besteht darin, dass ich finde, wenn man es kann, ist man das, den Toten schuldig für die zu reden, die nicht mehr reden können. Das ist mir ganz wichtig und das wollte ich sagen. Was den Brundibar betrifft, war das ein solches Glück für Theresienstadt, diese Kinderoper. Ich muss dazu sagen, dass der Adolf Hofmeister, den ich kennengelernt habe, das Stück als ein antifaschistisches Stück gedacht hat, in ein Märchen gekleidet. Der Brundibar, also der Brumbwe, ist der Faschismus und dann sind die Menschen, die sich dagegen wehren. Und Sie haben ja wahrscheinlich gesehen, am Schluss ist dieser wunderbare Chor, ich kenne das eigentlich auch nur tschechisch, ich bin ganz erstaunt, dass man das auch deutsch singen und machen kann, dass das Wichtige ist von der ganzen Oper, dass es gelungen ist, den Brundibar zu vertreiben. Darf ich kurz das Märchen erzählen, das es ist? Die Kinder haben eine kranke Mutter und der Arzt hat gesagt, sie braucht unbedingt Milch, damit sie leben kann. Und die Kinder haben kein Geld und wissen nicht, wie sie zu der Milch kommen. Und Brundibar spielt eben, ist der Leierkassenmann, spielt immer auf der Promenade Musik. Die Leute sind sehr froh und geben ihm Geld. Und das möchten die Kinder auch. Sie sind natürlich viel zu schwach und keiner will ihnen Milch umsonst geben. Und ich weiß nicht, ob sie das begriffen haben. In der Nacht kommen drei Tiere, ein Sperling, ein Hund und eine Katze und beschließen den Kindern zu helfen und bringen alle Kinder der Umgebung auf diese Promenade. Und da singen sie diesen wunderschönen Chor und die Leute freuen sich und geben ihnen auch Geld. Dazwischen muss man sagen, er klaut das auch nochmal, der Brundibar, aber sie kriegen es zurück und das Wichtige ist eben dieser Schlusschor, der sagt, wir haben gewonnen, weil wir zusammengehalten haben. Ganz wichtig kommt das Wort Freundschaft vor. Und wenn das gespielt wurde, egal für Kinder und für Erwachsene, hat es so viel Hoffnung erweckt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nein, wir haben gesiegt, weil wir uns nicht haben unterkriegen lassen. Das entsprach also völlig unseren Sachen. Ich habe viele Aufführungen in Schulen gesehen. Ich habe eine ganz hervorragende, es wird jetzt traurig, eine hervorragende Aufführung in Schwalbach gesehen, die das Beste war, was ich gesehen habe. Weil nämlich, und das muss ich leider sagen, am wenigsten gesiegt haben die Kinder. Sie waren die größten Opfer, wenn sie unter 14 Jahre alt waren. Und das hat begonnen, dass erst andere Kinder, die Gedichte, die Kinder dort wirklich gemacht haben, die waren unheimlich kreativ vorgetragen worden mit Geburts- und Todesdatum. Und es ist unvorstellbar, wie viele Kinder umgekommen sind und auch der Schlusschor ist dann nicht so euphorisch. Aber für Theresienstadt war es ganz großartig für uns alle, diese Freude, dass sie gewonnen haben. Und das haben sie aber sicher gemerkt, wir haben keinen der Kinder jemals wieder mit ihrem wirklichen Namen angesprochen. Es war die Aninka und der Pepicek und der Brunjibar und der Brunjibar-Vollerdach, was Böses war, war der beliebteste Junge im ganzen Ghetto, hat bei der Kinderwahlzeit etwas mehr bekommen und alle haben gedacht, was können sie ihm Gutes tun. Und das Furchtbare ist, er ist nachher, er war 14, leider sehr klein und kam auch nach, er war ein Waisenkind, hat aber die Tante, die sich rührend um ihn gekümmert hat und ist nach Auschwitz gekommen, da er zu klein war, hat er keine Chance gehabt zu überleben. Das ist die Geschichte von Brunjibar. Und wichtig ist, und ich glaube auch für die jungen Menschen war wichtig, die heutigen Leute sind doch viel besser dran, was es bedeutet, Freunde zu haben, die einen nicht aufgeben, die einen Hoffnung machen. Das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, als ich Einzelhaft hatte und die Nachricht vom Tod meines Vaters ins Gefängnis kam, war ich auch am Ende und da hat ein Maurer mir geholfen, jeden Tag durchs Fenster mit guten Worten. Und ich habe für mein Leben lang gelernt, was es bedeutet, wenn man verzweifelt ist, gute Worte zu kriegen. Das nur erstmal so. Es gab eine Frage, was waren die guten Worte? Kannst du dich noch an diese Worte erinnern? Nein, nur, dass sie mir wieder Hoffnung gemacht haben und Kraft durchzuhalten. Und ich habe den Maurer nie vergessen, ich wusste nicht, wie er heißt, ich konnte mich nicht bedanken, aber er ist für mich in meiner Erinnerung genau dieselbe helle Gestalt wie damals. Vielen Dank, Trude. Du hast mir vorher noch gesagt über die Kulturarbeit in Theresienstadt, den Stellenwert dieser Kulturarbeit. Ist Ihnen das aufgefallen, wie die Aninka, die ja, glaube ich, die größten Schwierigkeiten hatte, gesagt hat, wenn sie spielt, vergiss sie vollkommen, was sie sonst für Sorgen hat. Sie ist die Aninka. Und das ist durchgehend so gewesen, da Karel Anscha, der berühmteste Dirigent auch nachher in Prag, hat erzählt, wenn ich dirigierte, habe ich vergessen, dass ich in Theresienstadt bin mit den Kindern und habe mich gefühlt wie im schönsten Konzertsaal. Und ich konnte von mir sagen, ich habe auf einem kalten Boden den Leo Beek, das war der berühmteste liberale Rabbiner in Berlin, hat einen Vortrag gehalten über Hellenismus und Judentum. Und in dieser Zeit habe ich mich gefühlt wie auf der Uni. Durch diese viele Kultur, die wir hatten und auch den Kindern bieten konnten, konnten wir sozusagen weiterleben und sie haben uns nicht brechen können. Solange man Kultur genießt oder schaffen kann, ist man kein gebrochener Mensch. Und das hat uns in Theresienstadt besonders geholfen. Dazu muss ich aber nachher sagen, alle Sachen, die wir da nachher gesehen haben, haben uns die Nazis instrumentalisiert, um dieser internationalen Kommission etwas vorzumachen. Mehr möchte ich jetzt darüber nicht sagen. Vielen Dank. Vielleicht geben wir jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich muss trotzdem noch mal Fragen zum Brunniwa. Wie kann es sein, dass ein antifaschistisches Stück, ausgerechnet von den Nazis, zu einer Vorzeigeoper immer wieder eingesetzt worden ist? Hast du dafür eine Erklärung? Die Nazis haben das erst einmal gar nicht gewusst. Sie wurde doch Gott sei Dank tschechisch gespielt. Und sie haben gar nicht davon so gewusst. Aber nachher, da war schon nach Stalingrad, haben sie jede Möglichkeit genommen. Es wurde auch im Theresienstadt das berühmte Requiem von Verdi gesungen. Da kam die ganze Hot Follet vom höchsten Nazi, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, nicht Eichmann, und haben sich das angehört, ja. Haben übrigens nachher die ganzen Leute, die es gesungen haben, nach Auschwitz geschickt. Aber der internationalen Kommission wurde das alles geboten. Man hat für diese Kommission, das habe ich dort gesehen, das hat mich nur gewundert, die kleinen Betten haben sie gesehen, wo die Kinder liegen. Da haben sie ein Pavillon aus splitterfreiem Glas gebaut für diese Kommission mit Bettchen mit Kindern. Und die mussten dort sagen, Onkel Rahm, schon wieder Sardinen, wir haben schon genug. Und was wichtig ist, die Kinder haben absolut mitgespielt und haben das genau begriffen. Das möchte ich mal sagen. Nur eine Frage am Rande. Es war ja Kurt Gerron, der diesen Film für das, also diesen Film gedreht hat für die Nazis letzten Endes, mit denen die das Rote Kreuz beeindrucken wollten, was ihnen auch gelungen ist. Haben Sie jemals Kurt Gerron kennengelernt, den Regisseur dieses Films? Nein, nicht direkt, aber ich habe viel von ihm gehört und ich muss heute sagen, wir haben ihm damals Unrecht getan. Wir haben sehr geschimpft, dass er sich bereit erklärte, diesen Film zu machen. Und ich habe nachher, würde ich heute das nie mehr sagen, ganz egal, ob er damals Ja oder Nein gesagt hätte, für die war klar, der wird sterben. Und er kam nicht nur normal nach Auschwitz, sondern in einem Waggon, wo ein bestimmtes Zeichen war, das heißt nicht selektiert, sondern sofort ins Gas. Und ich habe ein so schönes, dickes Buch von Charles Lewinsky von Gerron liegen und ich habe mich noch nicht daran herangetraut, muss ich sagen. Also war uns sehr, sehr ein Begriff, wie die Kultur, alle Kulturschaffenden, alle. Das hat uns ja sehr unheimlich viel geholfen. Gibt es noch Fragen? Danke. Ich habe eine Frage. In dem Film kommt was vor, was Sie vielleicht ja auch erlebt haben. Da eine Jugendliche erzählt, es war so eine Pflichtveranstaltung in der Schule, sich mit der Zeit, mit diesem Gräuel zu beschäftigen und dass es Ihnen eben auf dem Weg gar nicht nahe zu bringen war. Sie haben jetzt erzählt, in Ihrer Arbeit in den Schulen stoßen Sie auf ein großes Interesse. Aber da sind doch sicherlich auch hier und da Jugendliche, die das auch nur als Pflichtveranstaltung absitzen oder komische Fragen stellen. Können Sie uns dazu vielleicht was erzählen? Jetzt habe ich nicht verstanden, ob es dir komisch vorkommt. Nein, ob manche Reaktionen von den Jugendlichen oder Kindern in den Schulen, wenn Sie dort besuchen. Die ist ganz verschieden. Sie müssen mal überlegen. Ich habe das 1979 begonnen und da haben, um die Reaktion zu sagen, die Kinder, musste ja der Lehrer auch den Vorschlag gemacht haben und sie vorbereiten und dann einen Zeitzeugen holen. Da mussten auch die Kinder mit einverstanden sein. Und die erste Generation, wo ich gesprochen habe, haben sich die Kinder bitter beschwert. Sie haben die Großeltern gefragt, sie sagen nichts. Sie haben die Eltern gefragt, sie sagen nichts. Und einen Jungen vergesse ich nie. Er sagte, jetzt habe ich satt, jetzt kaufe ich mir alle Bücher und werde das mir durchlesen. Das hat sich sehr, sehr geändert im Laufe der Zeit. Und heute gibt es Kinder, deren Großeltern nicht mehr wegen ihres Alters da sie gewesen sein können. Und sie können sich nicht vorstellen, wie die interessiert sind an der Vergangenheit und wie einfühlsam sie sind. Trotzdem bringt mich auch das nochmal zurück zu der Frage, die Marc Grünbaum vorhin gestellt hat. Wie soll in Zukunft diese Arbeit erfolgen? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Wie gedenken, wie junge Leute außerhalb von den Gesprächen, die sie mit Schülerinnen und Schülern führen? Wie können wir alle dieses Gedenken aufrechterhalten? Und zwar nicht als Ritual, sondern lebendig. In ein paar Jahren müssen wir uns da ja ernsthaft Gedanken drüber machen. Oder nein, jetzt schon. Weil es eben die Zeitzeugen, ihre Lebendigkeit, die lebendigen Erinnerungen nicht mehr geben wird. Sondern ja, war es Filme oder Bücher oder was? Sie sind zum Teil auch sicher aufgenommen. Also jetzt habe ich gerade gesehen, einen Schüler, der war bei einem, wie heißt das, Oberstufengymnasium in Darmstadt kennengelernt hat. Jetzt studiert er, ist schon fertig. Der hat sich da hereingekniet. Ich bin ja am Anfang mit meiner deutschen Freundin, die im Widerstand gegangen ist, hat er als Erster schon als Schüler verschiedene Interviews gemacht. Und jetzt hat er, ich muss das alles lernen, eine Website über uns beide und so weiter, die ganz hervorragend ist. Die Leute von der Initiative 9. November, die das im Bunker haben, haben mir geschrieben, dass sie das Jugendlichen zeigen können, weil es so gut gemacht ist. Alles, was man nicht versteht, kann man anticken. Und dazu gibt es eine Erklärung. Und ich hoffe, das wird von vielen anderen Zeitzeugen hoffentlich auch da sein. Und die haben es ja auch erzählt, so aus einer eigenen Sicht. Also mehr ist dazu nicht zu sagen. Aber ich muss sagen, die jungen Leute sind unwahrscheinlich interessiert. Wie fandest du den Film, wie fandest du die Auseinandersetzung dieser Gruppe mit der Oper? Wie sie sich herangetastet haben und wie sie sich entwickelt haben? Wie fandest du das? Ich fand es sehr gut gemacht. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und auch, was die Greta natürlich erzählt, das ist doch für Jugendliche Gott sei Dank unvorstellbar, dass mindestens 30 Kinder in einem Zimmer gelebt haben, geschlafen haben und gelesen und diskutiert haben. Ja, das ist ja völlig ausgeschlossen. Ich möchte nun erzählen, nach dem Krieg gab es in Theresienstadt jedes Jahr einen internationalen Kongress von Fachleuten, die alle diese Sachen untersucht haben. Und da hat eine Israelin, Nili Kehren, ein pädagogisches Poem geschrieben. Sie hat Leute eingeladen, die als Kinder oder Jugendliche in Theresienstadt waren, haben, glaube ich, auch einen Film gezeigt und hat sie gefragt, was war für euch Theresienstadt? Ich will nur sagen, wie Kinder so auch reagieren und jugendlich. Und die sind auch gekommen und ein großer Teil hat dann gesagt, Theresienstadt war die schönste Zeit für mich. Und die anderen sind ihnen fast an die Gurgel gegangen und haben gesagt, wie kannst du sowas sagen? Hast du den Hunger, die Not, den Tiffus und was alles für Epidemien, hast du das vergessen? Und die, die gesagt haben, es war die schönste Zeit, haben gelernt, und das, glaube ich, hat die auch sehr fasziniert, sie haben gelernt, zusammenzuleben. Sie dürfen nicht vergessen, die Eltern waren genauso ohnmächtig in Theresienstadt, wo immer auch, wie die Kinder. Sie haben gelernt, zusammenzuleben, zu teilen, auch kritisiert zu werden und haben dann unheimlich als Erlebnisgenossen vielleicht ihre erste Liebe gehabt und sind dann mit den Eltern nach Auschwitz und weiter und haben grauenhaft das erlebt, dass sich natürlich die Kinder, die in Theresienstadt überlebt haben, nicht vorstellen konnten. Nur, dass man versteht, wie relativ dies ist. Und ich muss sagen, ich gehöre zu den Kindern, die sagen, das war die beste Zeit. Ich kam vom Standgericht aus dem Gefängnis unter Einzelhaft und nachher Auschwitz nach Theresienstadt. Ich würde auch sagen, was mir überhaupt an Gutem passieren konnte, dass ich in Theresienstadt war. Mit allem Hunger und mit allen. Wenn ich in Gesprächen bin mit Freunden oder Kollegen und höre dann auch immer wieder mal, ja, jetzt ist aber genug des Themas, wir haben damals nicht gelebt und das liegt schon so lange zurück, dann ist das, dann ist manchmal so ein, oder ein Argument von meiner Seite, dass ich glaube, dass wir eine besondere Verantwortung haben, also wir, meine ich jetzt die Deutschen, mit der Geschichte, auch wenn ich auch damals natürlich noch nicht gelebt habe, das wach zu halten und darauf zu achten, dass es eben nicht mehr wieder passiert, soweit wir das können. Sind Sie auch der Meinung, dass wir Deutschen, die hier leben, da eine besondere Verantwortung haben? Also erst, ich danke Ihnen sehr für die Frage, weil das kommt auf einiges heraus. Ich habe in Stuttgart zum ersten Mal, ich war öfter in Stuttgart am Anfang als hier in Hessen, gehört, Kinder, Jugendliche, die mich eingeladen haben um ihre Geschichte, ja, sich beschwert haben, sie sind sowohl in England wie in Frankreich als Enkel Hitlers angeböbelt worden und so weiter, was ich dazu sage. Und darauf habe ich gesagt, ich finde das ein Skandal. Ihr habt nicht das Mindeste damit zu tun, sind doch immer die Kinder, die sich um ihre Geschichte kümmern. sage ich, ihr kümmert euch um eure Geschichte, die soll sich bitte auch um die eigene. So ist sie nämlich auch. Und sagt ihnen, das hat jemand gesagt, der Auschwitz überlebt hat, das macht dann einen besseren Eindruck. Aber das sage ich, sie haben völlig recht, wenn ich mit Jugendlichen sage, ihr habt nichts damit zu tun, aber die Antwort für heute und wie es wird, die liegt bei euch. Und ihr müsst aus der Vergangenheit lernen, das berühmte Wort, wenn man nicht die Vergangenheit aufarbeitet, hat man keine Zukunft. Ist das genug als Antwort? Ja, Dankeschön. Ja, aber wie ist es jetzt für sie zum Beispiel, dass also ein Völkermord nach dem Muster der Nationalsozialisten seit dem Zweiten Weltkrieg schon ziemlich oft sich wiederholt hat in Jugoslawien oder Ruanda oder so. Also das, ich meine, das war ja mehr oder weniger immer das gleiche Muster, dass eine Mehrheit oder sich gegen eine Minderheit verschworen hat, die dann so weit dämonisiert wurde, dass ja im Parade umgebracht wurden. Und was sagen Sie dazu? Ich meine, man probiert ja immer, dass so der Holocaust sich nicht wiederholt, aber im Prinzip hat er sich ja schon oft genug wiederholt, zwar nicht so straff organisiert. Es kann sich immer wiederholen. Es kann sich immer wiederholen. Und meine größte Enttäuschung nach dem Krieg war, ich habe eigentlich geglaubt, dass man aus der, aus der, aus der, eine Lehre ziehen wird, was, was dieser Völkermord an den jüdischen Menschen bedeutet hat und eine Warnung war. Ich habe mich restlos geirrt. Und ich, leider gibt es sehr viel und ich habe, ich würde nie sagen, es kann nie wieder passieren. Wie beurteilen Sie denn, was gerade in Deutschland passiert? Also wir haben ja diese Pegida-Bewegung und dergleichen, wo ja eine derartige Ausländerfeindlichkeit auch wieder an den Tag gelegt wird. Was denken Sie? Das macht mir Angst. Macht mir ausgesprochen Angst. Und also das ist schon, das ist schon sehr bitter. Und das, finde ich, liegt an den jungen Menschen, alles zu differenzieren und eben dann so zu sagen, man kann ruhig kritisieren, ja, aber nicht daraus die Folgen ziehen, dass man nur ganz nach rechts rückt und wieder faschistisch wird. Haben Sie den Film Er ist wieder da geguckt? Bitte? Haben Sie den Film Er ist wieder da geguckt oder das Buch gelesen oder so? Kennen Sie das? Welches Buch? Er ist wieder da. Kenn ich nicht. Also das ist ein Buch oder ein Film darüber, dass Hitler in, also 2013, glaube ich, wieder aufwacht in Berlin-Mitte und dass er, ja. Nein, habe ich nicht gesehen, aber ich würde, entschuldigen Sie, es ist sehr, sehr nicht nett, ich würde nur darauf sagen, dann sind Sie aufgewacht und es war früh. Kann ich nur antworten. das sind Wunschdenken, nicht? Und ich frage mich, was ist in der Republik passiert, dass das noch immer ist? Aber ich weiß nicht, wie es in den anderen früher faschistischen Ländern ist, da kann ich mir kein Urteil beenden. Weiß ich einfach nicht. Gibt es noch andere Fragen? Noch eine Frage hier. Für mich ist dieses ganze Thema in drei verschiedene Dinge aufgeteilt. Einmal ist es dieses Wissen über den Holocaust. Dann hatte ich das Glück, beruflich oft in Israel zu tun zu haben und dort auch Freunde gefunden zu haben und diese Erfahrung gemacht zu haben, was das für die Israeliten bedeutet hat, ihr eigenes Land zu haben. Und das Dritte ist die aktuelle Geschichte, dieser Konflikt zwischen den Araben und den Israelis, der Antisemitismus, der immer noch besteht in vielen Ländern, den man immer wieder bekämpfen muss. Und es fällt mir so unheimlich schwer, diese Verbindung zwischen diesen drei Geschichten, die ja alle miteinander zusammenhängen, zu finden. Und das muss für Sie ja noch viel schwerer sein, weil Sie es miterlebt haben. Nicht nur das, sondern ich war ja immer Zionistin und wäre mein Mann nicht ein deutscher Intellektueller gewesen, der zwölf Jahre Nationalsozialismus ist. Ich habe nur sechs gehabt. Ich komme aus einer demokratischen Tschechoslowakei und bin demokratisch sowohl zu Hause als auch in meiner Jugend groß geworden. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Irgendwas habe ich da gedacht, was Sie gefragt haben. Ja, ist Ihnen aufgefallen, dass die Greta sagte, sie kann das auch ihren Eltern nicht sagen. Die verstehen es nicht. Und das ist mir klar geworden, offenbar gibt es einfühlsame Menschen, die nie was erlebt haben und trotzdem es verstehen. und wenn Sie sich vorstellen, dass Eltern, das Kind, das so viel, ihr habt das jetzt nicht verstehen und das habe ich in Israel auch gemerkt. Also ich glaube, dass diese Szene, wo die Greta sagt, dass sie mit ihren Eltern nicht darüber sprechen konnte, ist, glaube ich, die zentrale Szene in diesem Film, weil das ist ja eine Geschichte, wo die Eltern ja weggegangen sind und das Kind zurückgelassen haben und sonst ist es ja immer so, dass die Eltern, die Kinder mit dem Kindertransport in die Sicherheit geschickt haben und da ist es ja genau umgekehrt und das hat mich ehrlich gesagt, das war eigentlich das, was mich an diesem Film erschüttert hat, weil das ist ja, ich habe so eine Geschichte eigentlich noch nicht gehört, dass die Eltern retten sie sozusagen in Anführungszeichen nach Palästina und sie lassen das Kind zurück oder zwei Kinder auch noch, also das finde ich, das hat mich wirklich erschüttert und ich kann das natürlich total nachvollziehen, dass wenn die Greta mit 16 nach acht Jahren, wo sie ihre Kinder nicht, wo sie ihre Eltern nicht gesehen hat, dann die Eltern wieder trifft, dass sie sich da überhaupt nicht vermitteln kann, das ist, also das finde ich erschütternd, aber ich kann das auch verstehen, sie hat ja was ganz Schreckliches erlebt und wie soll sie das den Kindern, wie soll sie das ihren Eltern erzählen, das ist eigentlich nicht machbar und was ich ungeheuerlich, also was ich unglaublich finde, ist, wie sie damit eigentlich umgeht in ihrem Leben, also so positiv, in gewisser Weise, ohne jegliche Verbitterung, also das finde ich, das rührt mich wirklich total an, ich habe so eine Geschichte noch nicht gehört, also das finde ich eigentlich für mich die zentrale Szene in diesem Film. Also ich fand viel mehr, ich fand auch die Art, wie die Jugendlichen mit der Geschichte umgegangen sind, die selbst eine Vergangenheit hatten, wie sie da die Beziehung dazu gefunden haben und sich langsam reingetastet haben, also ich fand auch Greta, die wirklich die Verbindung zu diesen Kindern gefunden, zu diesen Jugendlichen gefunden hat und die Offenheit, wie sie miteinander umgegangen sind, auch die Jugendlichen mit Greta, Greta denen auch, also ich fand es einen großartigen Film. Bist du auch der Meinung? Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr interessant und sicher noch viele, über viele Sachen habe ich gesagt, dazu möchte ich was sagen, jetzt habe ich sie natürlich nicht bereit. Aber wir danken dir sehr, Trude, es ist wirklich ein großes Privileg, dass du dabei warst und dass du darüber sprechen konntest. Vielen Dank. Gerne, sehr schön. Vielen Dank auf den Punktpunkt. Eine kleine Runde, aber eine wertvolle. Danke. Danke. Wir laden jetzt anschließend noch im Erdgeschoss zu einem Glas Wein oder Bier oder auch einem nichtalkoholischen Getränk ein, wenn sie mögen. Herzlich willkommen bei uns. Danke.